Oh, oh. Oh, yeah. Bullerei, ey. Bullerei. Peng, peng. Wir sind gerade im Auto. Dang. Leute, wir sind nach langer Zeit wieder zurück hier in Deutschland. Es ist wieder richtig kalt, Mann. Ja, oh boy. Jetzt am Montag kam das vorerst letzte Video aus Paris. Es war ein emotionaler Abschied danach. Das war's. Na, jetzt wieder hier altes Leben, Leute. Wo geht's hin? In die Trampolin-Halle. Natürlich. Oh, Unfall. Oh, Gott. Ich bin einfach hier ab. Und zufällig sind wir vor der Trampolin-Halle. Wir sind da, Leute. Wir sind da. Jetzt gucken schon. Die Mitarbeiter werden sich jetzt schon wieder freuen, dass wir hier sind. Wir kamen mindestens einmal die Woche. Ja, ich meine, wir waren in Paris so lange, so jetzt freuen die sich auch wieder, dass wir da sind, glaube ich. Mittlerweile. Wir können hier nicht mehr hinkommen, Alter. Ich schwöre. So, wann wir hier gerade aussteigen, äh, geht natürlich. Ist das überhaupt offen, Alter? Es ist hell, aber da ist kein Mensch, äh. Äh? Da ist kein Mensch. Aber doch, das ist an. Aber das ist keine Sau. Da ist niemand drin. Aber das sind Weihnachtsgeschenke. Ah, nicht, dass die da heute irgend so... Kein Plan. Da ist... Die wollen uns bestimmt überraschen, weil wir in Paris waren. Mit Geschenkt. Und ich überrasche auch jemanden. Pass auf, ihr wisst, Leute, der Daily-Instagram-Shoutout geht raus. Dafür müsst ihr nur was... An Lars Holzi, würde ich sagen. Na, na, na. Nö. An den Josch, Unterschicht 3056. Äh, danke für deinen Kommentar, Bruder. Du bist gegrüßt. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt einfach einen Kommentar bei Instagram. Und die Mitarbeiter gucken mich jetzt schon dumm an. Das kann wohl geil werden. Willst du auch dem Josch was sagen? Äh, nee, folgt mir bitte und kauft mal. Nein, ich hoffe. Josch, Josch, Bruder. Ey. Das war nicht ernst gemeint. Kauf mein Merch, aber ich grüße dich auch, mein Freund. Rapolin Halle für uns gemietet. Das ist der Clickbait des heutigen Tages, wenn du es wirklich so leerst. AirHop-Mitarbeiter überraschen uns aus Paris-Rückrund. Was war das? Deutsch? Das war kein Deutsch, aber es ist ein guter Titel. Weißt du, weil das so falsch ist, dann lesen die Leute sich das dreimal durch. Klicken drauf, weil ihr denkt, was für ein Legaseniker hat diesen Ding. Okay Leute, ihr kennt der AirHop-Eingang. Schön, wie eh und je. Okay, die Tür ist schon mal offen. So Freunde, der neue AirHop-Merch ist jetzt offiziell draußen. Weihnachtskollektion. Lars, was sagst du dazu? Einfach super. Warte mal. Da sind sie. Okay. Leute, ich wollte hier noch kurz einwerfen, ne? Oh ja. An alle, die noch nicht abonniert haben, ich weiß nicht warum. Aber denkt dran, wir haben noch die 100k-Wette am Laufen. Die 100k-Wette, ja. Wie das Jahr geht. Also ihr habt noch ein bisschen über Monat Zeit, kann man sagen, ne? Was ich damit sagen wollte, ist, wenn ihr diese Videos schaut und noch nicht abonniert habt, dann macht das mal, Leute. Denn wenn wir die 100k dieses Jahr schaffen, lassen wir uns beide tätowieren. Ja. Zusammen, ein Partnerschafts-Tätow. Oh. Also Leute, macht die 100k voll. Schau mir mal die Weihnachtssocken an dir, du. Vielleicht soll ich mal direkt so eine Eröffnungskraft machen, wo ich so eine Fritzbombe zu dieser Pakete. Nein. Die Geschenke packen wir gleich aus, Leute. Ey, da ist man mal kurz in Paris. Upgrade. Da gibt's hier so ein Upgrade, Alter. Für den Marius, weil der da immer runterfällt, ne? Ja, genau. Flashback. Da weißt du, was man... Ja. Man könnte da einen Backflip eigentlich easy runter machen. Macht doch nicht mit der offenen Flasche, du. Jetzt zeig ich euch direkt mal eine heftige Kombo hier, Leute. Nämlich. Watch out, watch out, watch out! Das wird dir ein Vlog. Wir bringen uns heute um, ey. Ja, Alter. Was war da los? Ich weiß es auch nicht. Lass doch mal ein Live sein. Egal, was passiert. Hauptsache Vlog. Und ein dritter. Jawoll. Eins. Heute werden wir noch drauf gehen. Leute, jetzt treiben wir mal einen Handstand auf der Slack. Aufstehen wir wieder. Was? Das ist wirklich cool. Na ein dritter, das ging doch nicht. Und wie? Ja! Aufstehen wir noch. So etwas zu einfach machen. Aufstehen wir jetzt den Reihe. Brühe. Brühe. Surging forward with Real Menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a... Buh. 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 Jetzt seht ihr genau wie ich aussehe, wenn ich in die Schaumstoffflube springe. Buh. 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 Ja, auze Junge. Hey, auze. Hau. Hau. Hey, hau. Hey, ich kenne den Besitzer. Gauf, hey. Bisschen Besitzer? Ich kenne dich ja. Hey, 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 lass doch mal ein Like da für diesen Quality-Content. Ah, ich kann nicht mehr, ey. Als erster wieder rausnehmen. Okay. Warum? So. Du hast die Welt gewonnen. Oh damn, Leute. Schreibt in die Kommentare. Wer war zuerst draußen? Holzi oder Spalzi, ey? Ey, das ist ja richtig geile Challenge, Alter. Ja. Die kann man mal mit einer 9. Spiel, ne? Kentucky Castle? Ja, genau. Erst einmal. Hm? Kentucky? Takeshi's Castle. Kentucky. So ein G, Alter. Das gehört zur Show-Einlage. Fair enough, man. Der war geil, ey. Ah. Ich werfe von hier. Oh. Du wolltest nicht mal auf den Korb werfen. Richtig. Wieso verrätst du das, ey? Jetzt komm, ey. Der ist es. Ja. Oh mein Gott. 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 Oh, was tritt er jetzt, der Boy. Ganze Trampolinhalle für uns hier, ey. Oh. Oh. Oh yeah. Digga. Alter. Alles gut? Ich glaube nicht, Alter. Ohne Witz jetzt mal. Alter, komm, komm, komm. Dann hast du schon mal auf, ey. Ja, sorry, ey, dass ich das gerade filme, aber das ist für YouTube echt richtig. Ist okay, ist okay, ist gut. Ah, Digga. Die Schulter? Die Schulter, wo ich auf die Schulter gefallen bin. Ja. Ja. Ja, da wird mich jetzt jeder drauf gefallen, ey. Oh, Junge, Junge. Alter. Hey. Soll ich die irgendwie einrenken oder so? Die ist ja nicht ausgefühlt, auch nicht. Sieht nicht gesund aus, Mann. Sieht nicht zu gehen, Leute. Ja, komm, ich kann ja noch mehr. Nein, ich kann das sein. Nein, ich kann das sein. Ich kann das nicht. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Mit dem Video. Oh mein Gott. 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 鉤, dispassende. Ja, oh nein. Oh mein Gott. Letzни epidemiными rein. Oh nein. Oh mein Gott. God God. Gotta get greetings. Yes.